So, hier sind wir wieder mit Latios, Majestät der Drachen, öffnen das Ganze hier auch mal, ach ich nehme es mir und dann öffne ich es, ist glaube ich ein bisschen einfacher, und es schläft etwas störerisch aus, was es vielleicht doch ist, aber es macht nichts, hier haben wir mal Latios, mit Hypnose, 30 und das gegnerische Pokémon schläft jetzt, das ist nicht so schlecht, Nebelball, 110, eine Münze, lege per Zahl, eine Feuer und eine Psychoenergie von diesem Pokémon auf den Ablagestapel, das ist wieder schlecht, ähm, ja, außer man legt seine Doppeldrachenenergie hin, oder? Dann kann man das übergehen. So, dann haben wir hier noch, ein Latios Stecknadel, ging es jetzt zu Latios, sie ist nicht am Kopf, sondern am Körper, und dreimal Majestät der Drachenbooster, einmal mit dem Drago ran rauf, mit dem Blue Ruck drauf, und mit einem Brutalander, so, wir machen das gleich auf, diese Booster-Pack sind so verschweißt, hat man ja doch richtig glaubt, Angst, dass irgendwas passiert, so, dann gehen wir das hinweg, 1, 2, 3, 4, für die Energie ganz vorne, Energie, ein Draschel, Schadrago mit Rauhaut, nicht schlecht, und Drachenklaue, Flampivion, Flampivion, ein Barblue, Flemly, Felino, Seeper, ein Knacklion, Pyrrhus letzter Widerstand, und, ein Kyrien, Kyrien, Wutanfall, 20+, Forstsperr, 100, Oh, Wutanfall, 20 plus 10 mal der Schadensmarkt, also das kann 120 mal schon machen, wenn man 100 verliert, Frostsperr, auf einem Punkt an der Bank noch 20 dazu, Ja, dann nehmen wir den Drago ran, Ah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist das Buch so so aufgegangen, Oh, 1, 2, 3, 4, Energie, Draschel, noch ein Schadrago, noch ein Flampivion, noch ein Carbodor, ein Kangana, Flamiau, Seeper nochmal, Flampion, mit Schadensrausch, eine, Oh, sehr schön, Feuerenergiekarte, und, ein Grandiras, mit Schutzdruck, und Wuthieb, Ok, Glura kommt jetzt noch dran, Ach, ich mach das hier, oder, hinter der Kamera, dann geht das alles viel besser und schneller, So, dann, 1, 2, 3, 4, blub, blub, ein, Feenenergie, Tyrakrok, Melotik, Funifras, Molung, Kindwurm, Karnimani, Dratin, Miniros, Mediros, und, Grandiros, ernsthaft? Mediros, 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 Grandiros, alle hintereinander, Ok, wie viel Glück muss man da haben, damit das wirklich auch hier ist, Na gut, das war's, und bis zum nächsten Mal!